herzlich willkommen zu meinem let's play hearthstone ja wieder eine woche rum neues garten chaos am stahl portal party die medivas führen eine ganz besondere show auf und ihr seid der star ruft mit verschiedenen portalen diener herbei und legt einen spektakulären angriffen ja ich habe vom kollegen schon gehört dass das wieder ziemlich auf glück basiert ist da gehe ich also schon vorher genommen in die partie aber mal sehen was blizzard wieder gezaubert hat ich wünsche euch viel spaß zu sehen was soll ich sagen also die erste aufnahme die ich gemacht habe irgendwie hat meine aufnahmesoftware da mal wieder total verkackt recht brechreißerregend schlecht das weiß ich natürlich was auf mich zukommt die erste runde hatte ich natürlich locker geworden also naja habt ihr geläutet ihr habt geläutet das ist frustrierend ich könnte hier gerade echt abreißen jetzt kann ich das nämlich nochmal machen dieses nervige chaos ich glaube ich brauche erstmal einen schnaps so jetzt hier den zufälligen partygast oh den kenne ich jetzt aber noch nicht das party elementar wo er ist steigt die party alles klar also die partie ist mal wieder total auf zufall aus also absolut zufalls generiert finde ich persönlich ist eher suboptimal wie mache ich das denn jetzt naja ich denke ich werde einen sport opfern werde ihn anpingen und hier das portal spielen bekommen ist da noch ein diener dazu ja können weiter angreifen ja können weiter angreifen wie mache ich das denn am besten wie mache ich das denn am besten vielleicht ein diener zwei händler von zwei leben wohnt sich das ich kann aber nichts anders machen ne so habe ich nicht genug mana ach das kann ich nicht mal tun boah junge grüße aus dem jenseits das ist natürlich auch schlecht leben wieder herstellen ich bräuchte irgendwas was schaden macht ja so ein ding bräuchte ich auch mal ja klar den mana wyrm noch günstig perfekt muss ich ihn auf jeden fall irgendwie nehmen ich werde mit dem hier den platt machen den mana wyrm auf jeden fall der muss weg der muss auch weg spiele ich hier mein stabiles brutal bekommen die lichtbrut und verleihe dem zwei angriff und zwei leben und das war's das war's das war's das war's das war's wie viele finger zeige ich Das ist gut BAMS Und wir kriegen den Seebär in sieben Fienden Boah Leute Leute Ich gehe ins Gesicht War jetzt eventuell ein Fehler er könnte Er könnte er nicht Puh, mal sehen Ja, so frech wie ich bin Ja, richtig, richtig Ich stelle hier Leben wieder her Auch wenn es nur eins ist Und dann gibt er auf Ja, das war das Kartenchaos für diese Woche Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video gut unterhalten Und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei Bis dahin, bleibt sauber und haltet euch senkrecht Euer ProToys Ciao